ja ja meine lieben meine Freunde herzlich willkommen zu diesem neuen Minecraft Video und wir spielen mit Autoklicker lasst euch vorher gesagt sein Autoklicker sollte man nicht nutzen kann man den Spielspaß verderben man verdirbt sich selbst finde ich den Spielspaß und man kann außerdem davon klicken was war das denn gerade eben? Loserabzug uuuuh wer kassiert? kommt man die erste Runde gleich über Bonn das wäre ja geil ah hinter mir WG ist eine gute Autoklicker gewonnen Leute ja aber ich bin zu sehen es ist mir nicht so gut ich finde ich glaube ich denke jeder von euch hat schon mal einen Autoklicker genutzt und Leute ah und schön in die Labranei und schön in die Labanei Ich kann jetzt hier etwas drauflegen. Und... Uh, ich bin aufgestiegen. Äh, er geht auf. So. Die ersten zwei Runden mit Unterklicken. Einfach so. Easy. One. So, der Teppel. Und das Match beginnt. Und Lava und Placen. Hallo. Lava und Placen. Ah, das ist ja noch drauf. Geil. Und die nächste Runde Minecraft gewonnen. Oh, ich stelle die auf. Mit Autoplicker. Ah, Mann. Der N-Wertschaft hat auch einen Autoplicker oder einen Schaft zelettet. Gut. Und er hat noch... Und eine... Skill-Crupp runter. Und... Und... Ja. Das Match verloren mit Autoplicker. Man kann hier das Match mit Autoplicker gewonnen. Also... Gewinnen. Und dann... Ja. Da hat er noch ein bisschen Leben. Und die nächste Runde verloren. Das ist schon mal halt auch eine andere Skill-Gruppe. Ja. Und... Tremium-Spieler. Und wenn man es dann auch ein bisschen könne. Und wenn man es dann auch ein bisschen könne. Und wenn man es nicht hätte verloren. Wenn man es dann halt auch... Das andere Gebiet spielt aus, weil es nicht mehr nackt ist. Komm, Alter. Kann praktisch an die Taktik, aber die kann man nachts auch extrem Aber er ist nicht so extrem wie der andere Ungewohnt, wenn man so eine Taste drücken muss Meine Maus hängt sich auf So, ich hoffe, wir haben diesmal keinen Ghost bei meiner Runde Aber wir haben einen, dass ich... Der übelste Powerball, dass ich hochbaut und... Dann kommt man am Anfang noch hin LOL Jetzt kommt er Und auf in die nächste Runde Das decken kann ich auch Und schon Und schon Jetzt aber die letzte Runde kaum schauen Das muss nur noch ein Wunnen sein So, Wunnen zum Abschluss Okay, wir haben uns jetzt So, jetzt ist noch ein Bus beim machen Ja, irgendwo muss man sie auch bauen Oh, ein Stopper Oh, ein Stopper Oh, ein Heschi Mann Bats Und wir sind zum Ende Macht's gut, Leute Bis bald und...